Die E3 2019 ist Geschichte. Da ist es eigentlich mal an der Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. Zurück auf zahlreiche große Ankündigungen, Shows und Versprechungen. Die großen Überraschungen blieben, zumindest nach meinem Gefühl, aber irgendwie aus. Der weltgrößten Spielemesse mangelte es in diesem Jahr nämlich einfach an begeisternden Momenten. Das mag daran liegen, dass die Veranstalter auf zahlreiche Hochkaräter verzichten mussten. Ohne Activision oder Sony, ohne Titel wie The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima war das Event einfach nicht dasselbe. Das gab auch Xbox-Chef Phil Spencer unverblümt zu. Vielleicht lag der eher ernüchternde E3-Verlauf aber auch daran, dass die großen Überraschungen dieses Jahr fehlten. Oder vielleicht besser gesagt, vorweggenommen wurden. Versteht mich nicht falsch, natürlich hatte die Messe immer noch ein paar unerwartete Wendungen in der Hinterhand. Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, ein Sequel zu Zelda Breath of the Wild. Das sind alles wirklich extrem coole Sachen. Den großen Knaller ließ man aber irgendwie vermissen. Eben, weil im Vorfeld gefühlt schon alles verraten wurde. Die E3 2019 war für mich klar die Messe der Leaks. Keiner war davor gefeit. Ob nun Bandai Namco mit Elden Ring, Microsoft mit Project Scarlet oder Ubisoft mit Watch Dogs Legion. Alle waren Opfer von Datenleaks oder unplanmäßigen vorzeitigen Enthüllungen. Jetzt kann man natürlich sagen, halb so wild. Früher oder später hätten die Fans ohnehin Wind von den Titeln bekommen. Ich finde die Messe an Leaks aber unfassbar schade. Und das gleich aus zwei Perspektiven. Zum einen für die Millionen von Spielern da draußen, die um ihre Vorfreude und Überraschung gebracht werden. Wo liegt denn schließlich der Reiz einer Spielemesse, wenn bereits im Vorfeld feststeht, was gezeigt wird? Wo ist der Nervenkitzel, wenn jeder schon weiß, was ihn erwartet? Zwar ist es immer noch toll, einen Titel endlich offiziell auf der großen Bühne enthüllt zu sehen. Das Gefühl dabei ist aber nicht dasselbe. Die Situation wird ihrer Emotion beraubt. Das ist für mich so ein bisschen wie an Weihnachten. Da geht ja die Spannung auch verloren, wenn bereits tags zuvor feststeht, was demnächst unterm Baum liegt. Mag sein, dass ich mich immer noch freue, der magische Moment, die Verpackung abzureißen und darunter zu entdecken, worauf man sich monatelang gefreut hat, ist aber eben nicht mehr da. So sind auch Enthüllungen bereits bekannter Titel nicht mit einem Surprise-Reveal vergleichbar. Ein Watch Dogs Legion mit dutzenden spielbaren NPCs wäre etwa wesentlich eindrucksvoller gewesen, hätte ich davon nicht zuvor schon auf Twitter erfahren. Oder eben kurz und knapp, das Lesen eines Kotaku-Artikels hat mir noch nie einen solch erinnerungswürdigen Gänsehautmoment beschert, wie das etwa die Live-Enthüllung von God of War könnte. Auf der anderen Seite tut es mir dann aber auch um die Entwicklerleid, die man um den Triumph bringt, das Produkt ihrer jahrelangen Arbeit endlich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Klar kann es einem schwerfallen, mit einem Multimillionen-Dollar-Unternehmen Mitleid zu haben. Aber dahinter stehen eben immer noch die Mitarbeiter, die ihr Herzblut in ein Projekt gesteckt haben, die viel Lebenszeit darauf verwendet haben, den idealen Reveal, den perfekten ersten Eindruck zu planen. Menschen, die dann teils wenige Stunden vor ihrem großen Tag miterleben müssen, wie ihr Werk verpufft, weil irgendjemand seinen Mund nicht halten konnte. Die miterleben müssen, wie sich gespannte Vorfreude in Enttäuschung und Verzweiflung verwandelt. Ein harter Schlag, wie auch God of War-Produzent Cory Barlog auf Twitter verlauten ließ. Der erklärte zum Thema E3-Leaks, solche Momente ließen einen oft frustriert, verärgert und hilflos zurück. Und es hätte ihn selbst wohl umgebracht, wenn God of War einen Tag vor der E3 geleakt worden wäre. Damit will ich jetzt natürlich nicht sagen, dass Leaks die E3 komplett ruiniert haben. Ich will auch Kollegen wie Jason Schreier nicht ihren Job verbieten. Und am Ende ist die bloße Existenz eines Spiels zu spoilern ja auch nur halb so schlimm, wie dessen Inhalt zu verraten. Für die nächste E3 würde ich mir aber einfach wieder etwas weniger Fehler, weniger Undichte stellen und vielleicht auch weniger Sensationsjournalismus wünschen. Und im Gegenzug endlich mal wieder etwas Spannung. Denn wenn wir alle ganz ehrlich sind, schlagen wir uns jedes Jahr doch nur aus einem Grund die Juni-Nächte um die Ohren. Nicht wegen des PR-Galabers und auch sicher nicht wegen der peinlichen Musik- und Performance-Acts. Sondern weil wir Spiele lieben. Weil wir von begeisterten Shows aus den Sitzen gerissen werden wollen und jedes Mal aufs Neue hoffen, dass wir bei der Enthüllung des nächsten großen Dings live mit dabei sind.